Herzlich Willkommen beim Kali-Flamingo YouTube-Channel. Heute befinden wir uns auf der Interzoo. Die Interzoo ist die Weltleitmesse für die Händler im Heimtierbereich. Hier vertreten sind 1500 Produzenten und Händler für alle verschiedensten Produkte, die man sich für die Heimtiere vorstellen kann. Die Kali-Gruppe ist hier natürlich auch vertreten mit der Marke Kali-Flamingo. Wir befinden uns hier auf dem Stand der Kali-Gruppe. Wie Sie sehen, gibt es noch einiges zu tun, aber bis zum Messestart morgen früh wird das alles geschafft sein. Wir freuen uns auf vier spannende Tage dieses Jahr hier auf der Interzoo 2014. Danke, dass Sie reingeklickt haben. Schauen Sie wieder rein. Wir halten Sie auf dem Laufenden, was hier auf der Interzoo passieren wird.